Gute und willkommen zur neuen Folge Minecraft Herkonia, das Wikipedia erklärt. Wir sind heute auf Oreo und wenn ihr wissen wollt, wie man so einen schönen Baum wie diesen hier bekommt, dann bleibt dran. Wie man sieht, befinden wir uns hier beim Schreiner NPC, hier hinter der Stadtmauer. Da drüben ist die Mühle und wir laufen jetzt zu dem kleinen Haus da drüben, denn dort geht es in die Baumwelt Chahela. Wenn man es mal hier auf der Karte ein wenig sieht, da sind wir aktuell und können jetzt bei Bianca in die Baumwelt teleportiert werden. Chahela Baumwelt, hier gibt es verschiedene Baumarten, Birke, Schwarzeiche, Schneefichte, Fichte, zweimal Eiche, Palmen, Tropenpalmen, Akazen, Tropenbäume. Um euch das jetzt einmal vorzuführen, wie das funktioniert, noch so einen Aufgang, sehr schön. Bei Palmen habe ich eigentlich nicht bei mir zu setzen, deshalb lasst man das Masal mit den Palmen. Gehen wir hier mal zu den Eichen. Wir nehmen die kleinen Eiche. Dazu muss gesagt werden, jeder kann hier mit Fly fliegen in der Baumwelt. Jeder Baum besitzt ein Shop-Schild, wie man sieht. Und mit dem Kauf bekommt ihr einen Stick. Baumsetzer, kleine Eiche, ID 15. Jeder Baum hat eine eigene ID, sodass es nachverfolgbar ist. In dem Wiki-Artikel findet ihr eine Baumübersicht mit Bildern zu jedem Baum, der verfügbar ist. Wenn ihr den Baum setzen wollt, auf Andorra, Eskone und im Prinzip auch auf den Creative. Dort fehlen aber aktuell die Stöcke. Könnt ihr die benutzen. Zum Baum generieren. Rechtsklick. Ich glaube ich baue Rechte, deshalb machen wir das mal nicht. Ich mache das mal hier außerhalb. Jetzt habe ich Geld umsonst ausgegeben. Nein. Bekommt ihr eine Vorschau. Klick auf Erde oder Grasblock. Dann erscheint eine Vorschau. Mit Ja, Nein wird gesetzt oder nicht gesetzt. Mit Treeplant Toggle könnt ihr diese Abfrage ignorieren. Und die Bäume werden automatisch gesetzt. Das entferne ich mir jetzt aber einmal. Sonst habe ich neunzehn neuen Eskonen so rum in Wind geschossen. Orientierung gibt es anhand eurem Blickwinkel, also Nord, Süd, Ost, West. Weil manche Bäume sind zum Beispiel auch leicht schräg. Aber gut, da ich hier nichts gesetzt habe, weil das ist ein eigenes Ding. Ähm. Ja. Zum Beispiel, wo man denn so ein Baum, der ein bisschen schräg ist. Die haben wir hier jetzt gar nicht stehen. Haben wir bei den Schneefichten drüben. Ähm. Zum Setzen. Auf Gras oder Erdblock. Im Ducken mit der rechten Maustaste anklicken. Der Baum erscheint. In der Vorschau Ja oder Nein klicken oder Treeplant Toggle zum Direkt setzen. Alle natürlichen Blöcke werden ersetzt, die sich im Weg befinden. Sollten andere Blöcke den Platz versperren, erscheint eine Fehlermeldung, welche diese Blöcke im Chat auflistet. Auf Ja oder Nein klicken. Innerhalb von 20 Sekunden wird automatisch Nein festgestellt. Und die Stöcke sind immer nur einmalig nutzbar. Und ja. Wie gesagt. Im Wikiartikel ist eine Übersicht über alle Bäume. Genauso gut könnt ihr aber auch hier nachschauen. Und hier kaufen. Und ja. Jetzt noch ein Beispiel für so einen schiefen Baum. Wäre der hier. Je nach Blickrichtung schaut er dann in eine andere Richtung. Ist immer wichtig, dass man sich das im Hinterkopf behält. Sonst ist es irgendwann doof, wenn alle in dieselbe Richtung schauen. So. Das war es auch schon. Ich stelle mich mal hier schönen Sonnenschein rein. Und schaue mich bis zum nächsten Mal. Gute.